Wird die Rente mit 63 wirklich abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit mehreren Tagen ploppt es ja so richtig hoch das Thema Rente mit 63. Bundeskanzler Scholz hat ja kryptisch angedeutet, dass er ein Riesenproblem mit der Frühverrentungswelle hat. Die Union mutmaßt jetzt, dass die SPD die Rente mit 63 abschaffen will. Also Saskia Esken hat dann das auch gleich umgehend dementiert. Aber wir wissen ja alle, alles was Kanzler Scholz nicht sagt, ist eigentlich das wirklich Entscheidende. Und in seinen Kopf können wir natürlich nicht hineinschauen. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins. Mit Stand 15.12.2022 gibt es in Deutschland keinerlei Anzeichen eines Gesetzgebungsverfahrens, welches die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Fassung zum 01.07.2014 abschaffen wird. Alles was da behauptet wird im Internet und was da geschrieben wird und was dort gesagt wird, ist gelinde gesagt. Humbug. Die Rente mit 63, die wir ja sozusagen im Volksmund so bezeichnen, als Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wird aktuell nicht abgeschafft. Sie schafft sich nämlich de facto in der Fassung zum 01.07.2014 von selbst ab. Zum 01.07.2014 hat Frau Nahles das Renteneintrittsalter der Altersrente für besonders langjährig Versicherte für die Geburtsjahrgänge ab 1952 von dem 65. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr abgesunken oder heruntergesetzt bei 45 Jahren Wartezeit und ab dem Geburtsjahrgang 1953 bis zum Geburtsjahrgang 31.12.1963 steigt das Renteneintrittsalter für diese Rente um jeweils zwei Kalendermonate späteren Renteneintrittsjahrgang an. Das heißt also mit dem Geburtsjahrgang 1964 ist der Rechtszustand wiederhergestellt, wie er seit dem 01.01.2012 besteht. Dann können wir mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte frühestmöglich erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres plus 45 Jahre Wartezeit in Rente gehen. Also meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte nicht verrückt. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird aktuell nicht abgeschafft. Es gibt weder ein Gesetzgebungsverfahren noch denkt da irgendeiner in der Ampelkoalition darüber nach. Also ich gehe mal davon aus, dass das wieder nur leere Luft war, um hier Wahlkampfgetöse vorzubereiten. Ich glaube eher, die Union möchte hier die Rente mit 70 einführen, was natürlich auch ein totaler Irrsinn ist. Davon habe ich aber schon berichtet. Also meine Damen und Herren, nochmals bitte keine Sorgen machen. Die Rente mit 63 wird aktuell Stand 15.12.2022 nicht abgeschafft. Es betrifft auch nicht die Altersrente für langjährig Versicherte, in die man ja mit hohen Abschlägen schon mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 35 Jahren Wartezeit in Rente gehen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Z Erstensenberater Peter Knöppel